so hallo leute jetzt mal zu ein neues akka let's play weiß nicht so ich habe eben schon eine aufnahme hiervon gemacht langweilig ich hab dann sein fernseh in mein haus reingetan ja ja und zwar habe ich da am anfang erklärt das schwer dass wir in der log grafik spielen wie es bestimmt zu dienstu pixel und zwar spielen jetzt einfach das spiel ja wie man es steht also so wie bei Mario einfach durch die Leveljumpen aber hier ist es natürlich so also hier hier müssen wir ähm jetzt den Nachbarn jeder bei seiner Tür da einbrechen falls ihr nicht kennt wie ich das Spiel bekommen hab keine Ahnung Leute sagt bitte kein weiteres das gekriegt hab aber wir sagen mal so ich habe die Pre-Alpha und die habe ich mir erworben und ich als stets bereiter meine Math-Kraft Youtuber darf doch auch die Alpha 1 Version haben oder Leute 2017 ist es sowieso verfügbar da will ich es auch kaufen leider aber mein PC schafft es gar nicht aber zum Jahr 2017 habe ich den neuen PC das steht sicher Leute das steht sicher weil ich glaube März ist es im Frühling ach egal Leute ähm wir begrüßen meine Nachbarn erstmal die ganze kleine Checkliste machen so zack müssen wir alles nehmen hier zack dann gehen wir weg können wir alles wieder rausschmeißen so und die Steuerung also ich sag mir mal so ich weiß nicht alle Knöpfe also ich weiß aber die meisten äh so also zum Beispiel ich weiß jetzt nicht wie man ähm so Sachen würf oder so das weiß meine Math-Kraft nicht nein nein Leute ach scheiße man der ritter dritter Bamba der ist soll nicht mehr dabei de 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 und übrigens hier ist irgend so eine Protection gelegt das heißt kommt doch mit die Protection du musst ein bisschen warten da kommt es schon da hat die kleine Weile zu den Haaren später soll er machen die Zeiträume die ganze Kacke weg so war mein der Nachbar meine Machtkraft nachher läuft mit einer Gießkanne darum ja ja er hat die Protection durchdrucken ach man noch eine Protection wenn du willst äh äh das fallen lassen nein doch nicht die schöne Gießkanne alter guck mal ich hab sie wieder hallo ach egal dann spielen wir das Spiel halt wie wir es spielen oder er lässt die Tür offen naja er braucht auch ein bisschen Luft da drin ist in die Küche gegangen äh noch da hin das ist auch ruhig schön äh oh Leute da ist mein Spiel abgekackt wir sehen uns ungefähr an der Stelle wo wir eben waren also das spiel ich nach Leute dann bis gleich so Leute da sind wir ungefähr da wo wir waren ich hab jetzt das Spiel komplett gesettelt okay mal dass er sich da jetzt nicht da rumtreibt denn irgendwie mein PC er packt es noch nicht mal da steht's aber das Spiel ab wenn man sowas machen möchte ja ja das ist doch nicht normal warte hm 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 in der Zeit können wir hm 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 ja eh vielleicht eh vielleicht ach so das ist ja auch am 2 against nope äh ja eh ist es ah verfolgt uns alle das sieht gut aus er hat mich eingesperrt auf dem man es ist nicht da jetzt wartet die wenn man es passiert also macht es nie nach 8 ein aber das ist doch nicht aber das heißt mach mal da hat mich schon aufgewandert und da war ich da drin bitte noch ein ja ja das ist ein bisschen abziehen so da muss meine Markkraft das wieder alles machen aber ich ja ja okay kann man aber machen also man was ist zu seitdem ein Aufzug gewartet ich weiß nicht Optima ja klar ach so ja meine Sachen liegen halt auch nicht mehr da ja das ist die so so das ist die 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 über 5 mal gesehen Fernglas, Alter, ich hab auch so viel natürlich muss man alle mal fragen, weil wir das ganze so toll machen weil bisher so bin ich schissen, sondern äh, das Spiel, das fack doch gar nicht, Alter äh, äh, das, das Spiel, das, das stimmt ab ich muss ein paar Reheports mal reinballern, hier, mhm, also, kein Hälter und Reheport, Alter hier, guck mal, das läuft nicht, jetzt muss ich ja immer die ganze Gange wieder machen ach nein, ey nein, doch nicht die Kiste, Mann, das doch Dankeschön ach, es ist mir die Stromschutz aktivieren, damit wir auch Fügelern haben müssen wir so machen, so machen und dann packen wir die ganze Kacke hin und so dann, äh, bitte geben sie bitte und dann gehen wir pennen und dann guck mal, endlich ist es mal abends geworden, als sie gepennt haben so, jetzt hoffen wir aber mal das, äh, Dinge, lol dass wir diesmal nicht so hart erwischt werden diesmal fahren wir nicht mit einer Aufzug, Leute das gehen wir altmodisch treppen die wir vielleicht frisen sollten ach, kacke, Alter erstmal zum Hai gehen, Alter erstmal den geilen, geilen Hai frisen hier Kacke, Alter ich bin elаны, ich denke, bestimmt, Alter, ist das kalt oh, oh krön nein, da nicht da, rein, Alter, hier rein, danke warte mal, du hast ja noch einen schönen Stuhl stehen, gib mir den mal bitte ist das verschlossen? nein F nein 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 ok, verschlossen ist wohl doch nicht verschlossen ach scheiße ja klar meine eigene Waffe hat mich umgebracht auf einmal kommt die zwischen ok, wir haben es gescheckt, hast du da? nao, 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 okay, das ist der beste, mir sicher ist ja dein Rat, Alter, man sieht genau so aus, oder? das ist ja nao, okay dann geben wir mal ein bisschen Gas, wir scheißen auf den Nachbarn, haben keinen Schuss, sondern wir laufen einfach rein, Leute das ist die Möglichkeit auch hoffen wir mal, dass der Hammer und so alles wieder da liegt, wo es sein soll ja, der Ding ist hingesetzt, ich hab mich nicht äh, ja das sie machen, 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 das sie machen können 67 hat ja, ja das ja ja, 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 ja ja, ja, ja ja, 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 ja ei, ja, ja, ja,,... also, ja, 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 ja whether, da kann man die grad, der ja ich versteck mich schon mein Junge es ist echt so schwer nach Ball hast jetzt wenigstens deine Schwierigkeiten ein bisschen runter gedreht schafft man was hier 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 oh oh da hinten ich das war Nachbar doch nicht da lang man nein wie werft man Sachen ich teste es mal kurz alle Tasten Scheiß auf die Cam Scheiß auf mein Leben ich geh jetzt einfach da raus und bin bekloppt oh holy moly alle Arme sind mir ein bisschen erschreckt damn give me babe shh 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 meine Maffkraft war nicht da zack 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 ach scheiße Mann wo laufe ich denn immer lang alle habt ihr die Hände grad gesehen da war ein Aufzug alter schnell den Hammer ach man alter ach scheiße das wird man nicht überlegen was soll ich opfern Leute ich glaub ein Karton ein Kleidroton muss opfern hallo okay dann halt den Hände ich glaub ich aber auch nicht ui jetzt schnell ab ooooohh ne uuuhh 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 ich 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 das die 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 tsch 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 rüber über die Bichtungsverfahren t t ich muss echt mal so ein screen machen wo so videos dann hier so ablaufen die ihr dann einklingen könnt wie geht das und dann noch so andere musik das wärs vielleicht könnt ihr irgendwas damit machen vielleicht könnt ihr es mir machen das wär schön und nett ja Leute dann bleibt ihr jetzt mal lasst einen like und einen abonnenten ja tschau tschau